Horrornacht und herzlich willkommen zurück zu Seven Days of Life Alpha 18 in Folge 4. Hi Minyas. Guten Tag, hier unten wird geschrien. Ja, wir haben irgendwie... Warte mal. Fackel, ich seh's. Irgendwie ganz viel Kram draußen. Hab ich ne Möglichkeit, ne Fackel, die leuchtet halt nicht nach unten, die scheiß Fackel. Oh, jetzt hat sie definitiv geschrien, oder? Ich hab da wohl die Tür aufgemacht. Hier ist beider, hier unten ist beider. Du bist vorne. Ich bin jetzt mal hier raus und guck mal, was hier so... Wer denn hier meint, so rumschreien zu müssen? Ich guck mal, ob ich noch ein paar Stone-Arrows machen kann. Und es ist tatsächlich immer die schreitende Augenwelt. Komm mal. Ja, man kann sie leider nicht wegknallen, weil die... Die Treppe ist doof. Ähm, doch da. Doch, jetzt, jetzt, jetzt. Sehr gut. Ich hab auch nochmal... Sehr gut, du hast sie. Oh, ich hab jetzt immer gedacht, ich fall runter. Boah, da ist... Bitch! Ja, nicht so oft. Ach, wirklich, Werbung. Nein. Ja, es ist... Ui, Spidey. Das ist ja blöd, sich wegen der... Oh. Nächtlicher Besuch. Wobei, glaub ich, glaub ich, dass jetzt nicht so schlimm ist. Das ist ja ein Spiel. Also, das N-Bord sollte man nicht droppen, ne? Wer hieß? Das N-Bord. N-Bord? N. Nordpol. Achso. Aber das droppst du ja eh nicht. Du bist ja ein vernünftiger Mensch. Du Nulpe. Du Nulpe, genau. Das sollte man nicht sagen. Das ist... Jetzt hast du es gesagt. Na, fantastisch. Na, super. Also. Oh, ja. Oh, der Bogen klingt so geil, wenn der... Wenn dir die Sehne entspannt. Verteidigung. Unsere erste... Ist das eine Horde? Ja, ist eine Horde, ne? Man kann sich das heute bezeichnen. Ne, sie hat ja geschrien. Was ist das deswegen? Level up! Yes! Ich bin kurz davor. Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Das ist doch schön daneben geholzt. Oh, yes. Ja, ja. Leg dich hin. Bleib liegen. Ich komme hier nicht an der... Ich mach's mit dir, ey. An der Kante... Jetzt. Warte! Lass mir auch noch was übrig. Ja, da hat er es doch. Auch Level up. Yeah. Okay, ich hab Bicycle gemacht. Würdest du dann... Ähm... Advanced Engineering machen? Dann können wir nämlich eine Forge bauen. Na, okay. Was ist denn... Advanced Engineering? Ja, wo ist denn das? Beim Denkerherrn wahrscheinlich, oder? Äh, Intellekt, genau. Intellekt und dann... Ah, unten. Advanced Engineering, ja. Der Black Smith. Hab ich gemacht. Ich hab auch noch einen Punkt, komischerweise. Ich warte, Herr Schmidt. Ich kann noch einen... Einen kann ich noch, äh, mehr machen. Ja, dann mach doch, äh... Warte mal, was könnte man noch gebrauchen? Hm. Moment. Keine Eile. Den Healing Faktor hab ich einen Punkt, das passt. Hm. Ähm, Sexual hab ich ein, Pack Mühle hab ich. Master Chief hab ich, also ich kann auch kochen. Vielleicht auch ein Miner oder sowas. Hm. Ja. Obwohl. Es lohnt sich eigentlich nicht am Anfang. Ah, hier, Slow Metabolism, oder? Wegen Essen, weil am Anfang schwierig. Das heißt Iron Gut bei mir. Gibt's das nicht mehr Slow Metabolism? Ich hab hier Iron Gut. Wo ist das? Welche Kategorie? Ähm, ja, Health. Ah, da, ja, ich seh's gerade, ja. Äh, Heels sind perfekt, but it's better than average. Wastelander, reduce foot by 5%. Hold your breath for 40. Ah, sogar das Ding, geil. Sogar die, die, äh, Luftanhalten ist länger und so weiter. Jo, da geb ich mal einen Punkt drauf. Cool. Also Blacksmith hatte jetzt, ne? Ja, der hab ich, hab ich... Theoretically. Warte mal, jetzt hab ich, ich hab nämlich komischerweise zwei Punkte, aber ich... Jetzt, das ist... Nein, Advanced Engineering, genau, da hab ich den Blacksmith, den hab ich, genau. Okay. Draft Forges, ja, wir können eine Forge bauen. Freue mich schon sehr drauf. Und ein Fahrrad. Und ein Fahrrad. Äh. Ich mein, allein ein Fahrrad ist am Anfang ja... Äh, so Gold wert. Gold wert, ja, ich wollte grad sagen. Was bräuchten wir denn für ein Bicycle? So, ich hacke jetzt hier weiter die Treppe weg, bis es Tag ist. Fünf Forge an und zwei Mechanical Parts, zweimal Ductape, zweimal Leder, zwei Springs. Ja, das kriegen wir locker. Ich hab die Autos schon auseinandergeranched. Ich hab noch Ductape einsteckt. Ja, okay, der ganze Kram ist aber nicht hier. Doch. Ich habe drei Ductape einstecken. Und ich habe, was hast du, Mechanical Parts, hab ich auch, drei Stück. Ja. Was brauchen wir noch? Sie kloppt hier gegen, warte mal kurz. Kannst du mir mal... Vorgescheinern hab ich fünf. Oh, sie rennt. Ich brauch Federn, vier Stück. Also Springs. Meine Hütchenfedern. Vieles... Oh. Zwei Wheels. Ah, okay. Wheels. Also insgesamt vier. Wir brauchen alles doppelt. Ja, für zwei Fahrräder, ja. Aber erstmal eins wäre ja auch schon mal eine Erleichterung. Sehr gut. Aufgabe für morgen. Für heute meinst du. Wir haben ja zu 2,59. Oh, ja. Nein. Für mich ist morgen erstmal, wenn man geschlafen hat. Das ist genauso wie die Sachen mit dem Glas. Halb leer, halb voll. Hast du eine Erklärung dafür? Für was? Ja, weil man ein Glas als halb leer oder als halb voll bezeichnet. Ja, pessimist oder optimist halt, ne? Perfekt. Ja, klar. Wenn dein Glas zu 50% gefüllt ist und du siehst es als halb leer, siehst du es ja eher negativ. Also wenn es jetzt um Bier geht oder so, ein halbes Glas vor Pisse will natürlich keiner, ne? Na, ist klar. Nee, ist ganz einfach. Wenn du ein leeres Glas hast, also das ist jetzt mal die Frage. Wann bezeichnet man ein Glas als halb leer oder halb voll? Das ist eine Einstellungssache. Darum geht es. Nein. Das ist ganz einfach. Hast du ein volles Glas und trinkst die Hälfte aus, dann ist es halb leer. Hast du ein leeres Glas und füllst es zur Hälfte auf, dann ist es halb voll. Ja, ansichtbar. Fertig. Nein. Logik. Andere Erklärung gibt es nicht. Ich habe den Sinn, ich nehme den. Ja, wie viel Ducktape brauchen wir, bevor ich in so ein Repair-Kit mache, weil sonst die Achse ist schon wieder... Jetzt brauchen wir nix. Warte mal. Ja, da brauchen wir, für Dings brauchen wir doch Chemie. Da brauchen wir doch Säure und den ganzen Kram. Wir können schon wieder mal draußen rum. Ja, ja. Wir brauchen zwei, vier Ducktape. Vier Ducktape. Ich habe einen einzelnen Tisch. Sag mal, kann ich hier nicht auch bessere Werkzeuge herstellen? Hast du nicht letztens irgendwas gesagt, was ich lernen sollte? Meiner 69er, dann kannst du eine Level 2. Eine habe ich jetzt leider nicht gelernt. Ich habe zwei Level 2 Äxtchen herstellen. Ja, aber ich denke mal, wir werden jetzt schnell... Aber die Äxte sind ja einfach nur mehr stabil, ne? Also sind ja nicht... Genau. Jawohl, du machst dann auch... Warte mal, ich lese dir mal in den Form, was da steht. Echt, sind sie mittlerweile auch... Also früher waren die Werte ja identisch. Nur, dass du halt... Du machst pro Level 10% mehr Schaden. Oder Blockdamage um 30%, 60%, 90%, 120% und ganz am Ende... Ah, 150%. Also schon nicht zu verachten. Wir brauchen dringend mehr Fackeln, um das hier oben ein bisschen auszuleuchten, beziehungsweise auch unten auszuleuchten, damit wir auch runterballern können. Äh, warte mal, ja dann... Torch. Nochmal drei. Close Fragment, Wood. Ja gut. Also, ich habe jetzt... Einmal rum, habe ich jetzt das Gitter gemacht. Das heißt, wir können jetzt... Guck, hier laufen sie wieder unten. Warte, mach ich jetzt mal die... Na komm. Nicht gegen die Wand. Äh, da ist er. Ja, stark gegen... Gegen... Hm. Sieht so cool aus, wie ich die Gitterstäbe, wo du ihn siehst. Der Sound, wenn der Bogen sich entspannt. Das klingt so cool. Lass mal so, lass mal so. Ah, jetzt habe ich keinen Pfeil mehr. Ja. Äh, woran hängt es? An Federn. Haben aber auch keine mehr, ne? Ne. Was ist das hier? Knuckle Raps. Ich habe drei Federn noch. 13 Federn. Warte mal, ich hole noch mal ein paar. Obwohl, ne, warte. Wir bauen eine Fransche, können wir nämlich Eisenspitzen machen. Dann verbraten wir die Federn nicht für die blöden Stone Arrows. Was brauchst du für eine Forge? Ja, Moment. Erstmal ein Bellow, ne? Hätte ich gesagt. Also, so war es mal früher. Eisber das nicht mehr. Du brauchst auf jeden Fall Clay. Ach, du brauchst keine... Was ist denn hier? Ist alles neu? Ich kenne mich nicht mehr aus in diesem Spiel, was ich über Jahre spiele. Also, wir brauchen zehn Leder. Äh, ja, okay. Ne, also hier draußen nicht. Vielleicht... Kriegen wir, kriegen wir. Also, draußen gibt es ja irgendwie einen Laden, wo Couchen sind. Ne, draußen nicht nur eine Kiste. Vielleicht ist da was geredet. Ich habe die exakt drei Ducktaps, die wir brauchen. Wir brauchen Claysoil 60 Stück. Ne, die drei Ducktaps, hebt mal erst die Frage. Machen wir jetzt erst eine Forge oder ein Fahrrad? Erst die Forge. Erst die Forge. Allein wegen Werkzeugen, besseren Pfeilspitzen, etc. Ja. Also, wir brauchen drei Short Iron Pipes. Haben wir. Gut. Dann brauchen wir Claysoil 60 Stück. Haben wir. Small Stone 50 ist gar kein Thema. Was denn? Small Stone? Ja. Small Stone, ja, ja. Okay, dann holen wir jetzt Leder. Es ist gerade Tag geworden. Warte, warte, warte. Ja. Ich dropp dir mal eben hier schnell ein bisschen stuff. Ja. Schau mal Clay. Short Iron Pipe. Das war's. Das war's, ja. Genau. Jetzt fehlen mir nur Steine, Leder. Steine und Leder fehlt. Steine und Leder. Aber ich seh nix. Bin hier einmal blind gegen die Dings gerückt, gegen die Treppe. Ich hab' ich mal jetzt gar mal anrechnen. Leder haben wir hier in der Kiste. Wunderbar. Warte, ich mach' ich mach' gar mal noch. Wir haben Body Acid. Oh, hier ist alles auch fürs Fahrrad. Nämlich alles, aber viel. Den kenn' ich mit Parts. Scrap Pullis. Wo ist denn der doofe Zombie-Mann? Komm her. So. Hast du das Leder rausgenommen? Hilfe. Hast du das Leder rausgenommen? Hab' ich rausgenommen. Ja, ja. Ja, ja. Warte. Ich schmeiß' die hin. So, und Steine noch. Steine. Da. Ja, mega gut. Ja, dann craft' ich jetzt gerade in 1 Minute 20 die Forge. Body Purifier. Schimmerig. Oh, guck mal hier. Was die uns die Säulen weggeballert haben. Das muss man auch dringend absichern. Das ist. Nee. Ja, aber jetzt durch das Zwischenschießen ist das gut. Also. Ja, klar. Ersetzen in Steinen, Aufwerten, etc. BP, abstützen, natürlich. Aber ich finde diesen Rundlauf gut, weil wir können an der Seite nicht beschossen werden. Die müssen alle bis hier rankommen. Und somit können wir denen aufs Köpfchen hauen. So. Müssen wir unbedingt Spikes machen. Ja. Ja. Waren wir mit dem Lazy-Age schon drin? Waren wir. Warst du? Ja, da hab ich die Orga, ja. Und hier oben dieses Häuschen, das halb zerfallene, das Omalay Oats. Äh, nee. Da waren wir noch nicht. Aber sollen wir nicht erstmal die Forge bauen und schnell ein paar Eisenspitzen machen? Ja. Das ist absolut richtig, aber wir brauchen ja auch Federn, oder? Macht man Eisenpfeile mittlerweile ohne Federn? Wow. Also die Fallgeschwindigkeit der Bäume ist wirklich brutal. Ich hab ein paar Federn in der Tasche, also 13 Pfeile könnten wir noch machen. In 23 Sekunden ist die Forge fertig. Ja, pass auf, dann. Wo setzen wir die hin, die Forge? In Keller? Ähm. Würde ich noch nimm als, nee. Ich würde sie oben hinbauen erstmal. Die erste, wir können die nachher wieder wegbauen. Dort, wo unsere Kiste, die andere Kiste steht, oder? Wir können auch neben das Lagerfeuer einfach, dass wir da so eine kleine, so eine kleine Area haben, wo wir, ähm. Okay, dann stelle ich die mal direkt vor's Tor. Basteln können, mein Gott. Was wir halt noch machen müssen, wir müssen hier noch ein bisschen Eisen rausschlagen an der Ecke. Also ich setze sie jetzt, ja? Ducktape. Ich setze sie jetzt neben das Lagerfeuer. Ja, bitte. Ich brauchst nochmal Ducktape gleich. Okay, da geht sie nicht hin. Sie geht nur mit einem Abstand. So macht er nix. Sitzt. Sitz, passt, wackelt, hat Luft. Sau, bär. So, dann schmeiß ich mal hier Iron rein. Genau, hatte ich auch noch einen Speed. Clay hatte ich auch noch irgendwo. Warte. Da, 243 Clay. Warte, ich mach Iron rein. Aufteilen, ja. So. Achso, nee, willst du was so teilen, okay. Ich mach mal die Kohle, die ich hab rein. Einfach, das brennt eine Minute und noch ein 50er Stack-Dings. So, jetzt kannst du. Yay, draußen ist wieder eine Schreitante. Sollen wir mit dem, vielleicht ein bisschen Scrap Iron aufheben. Warte mal, ich pack jetzt erstmal mein Kram hier rein. Ein bisschen Scrap Iron aufheben, dass wir, ähm, und Lockpick. Nee, dass wir die Säulen verstärken damit, das ist meine Idee gewesen. Ich baue Kring schnell ein. Wir brauchen erstmal jetzt ganz hier Forged Iron. Forged Iron und die Spitzen. Und was zu essen wäre ziemlich nice. Nein, gegen was zu essen. So, es kommen ein Iron Arrow Heads. Sehr schön. Ich will was zu essen. Ähm, würde mach was. Wurde ich einen Grill machen? Einen Cooking Grill. Genau, hätte ich gesagt. Hätte ich gesagt. Und, ähm, ein Anvil, oder? Du passt ja da nicht mal an die Forged. Oder ist tausend Eisen oder so. Weiß ich gar nicht. Schauen, was der denn bringt. Oh ne, du brauchst einen Anvil Schematik für. Der braucht zehn Minuten, bis er gemacht ist. Okay. Macht ja auch Sinn. Ach, scheiße, ich bin ja gar nicht. Iron Arrow. So. Okay. Ich brauche hier einen Cooking Grill. Ich schmeiße ihn hin. Da liegt er. Äh, Forged Iron für die guten Späler. Ähm, ich lasse die Woodbars jetzt mal hier. Das können wir in der nächsten Nacht wieder ausbauen. Hast du Masterchef gelernt? Ja. Alright. Hier ist 38 Fleisch drin und zwei Eier. Vielleicht kannst du irgendwo... Hier ist eine Chili-Dose auch noch. Also da kennst du theoretisch... Wie ist es lieber aus dem Arten? Hau ich mir die mal rein. Und die Eier sind da. Das ist Fleisch. Iron Spike Chaps. Wood Spike Chaps. Fünf Stück kann ich machen. Dann würde ich sagen, machen wir unter der Forge auf jeden Fall schon mal Spikes. Oh, Bacon and Eggs. Leider nur einmal, weil zwei Eier. Aber ich kann noch Grilled Meat machen. Soll ich das durchballern oder sollen wir es für Bacon and Eggs aufheben? Nee, baller durch. Das sind jetzt sechsmal Bacon... Ähm, Grilled Meat. Ja. Okay, ich würde mir jetzt einmal Bacon and Egg reinhauen. In der Hoffnung, dass es noch meine Ausdauer wieder nach oben schießt. Ja. Wir müssen. Wir müssen. So, und ich würde mir dann gerne den Iron Spear machen. Dann brauche ich 24 Forged Iron. Nur drei Leder und dreimal Ducktape. Okay. Ich habe sechs Bottles of Acid. Ich gucke mal eben, was ein Brat kostet. Dir ist schon klar, dass du immer auf meinen Sandnets auftauchst. Ja, schön. Ja. Kohle, Bottles of Acid. Oh, das könnte sogar klappen. Braucht dringend Pfeile. Mit vier Rädern. Ja, ich gebe dir schon mal die Hälfte. Nicht hier. Kannst du essen, hier. Super, danke. Okay, pass mal auf. Wir gehen jetzt eh looten. Ja. Lass ich schmeißen mal den ganzen Kram erstmal hier rein. Ducktape. Ich muss mir eine Bandage machen. Aber wie geil ist das, dass wir schon Forged Iron haben, ne? Können wir eine Pickaxe herstellen? Ist das ohne Skill? Ich bin mittlerweile vertraue ich ja nichts mehr. Ne, muss man auch freischalten. Miner Sixty Niner. Okay, der nächste Punkt geht in Miner Sixty Niner. Lass mal das hier durchballern. Würde ich sagen, ja. Wenn wir noch irgendwas haben an Eisen, was wir verbraten könnten. Ich würde mir so einmal Fleisch reinhauen. Dann gehe ich über die 100 drüber. Und einmal Wasser will ich über die 100 drüber. Also du könntest jetzt dir auch mal Fleisch und Wasser reinzerren. Ja, mache ich. Scrap Poly, Cloth Fragment Forged Iron. Und dann schmeiße ich erstmal hier rein. Und ich bin heiß zu looten. Lass uns losziehen. Aber diese Folge ist schon wieder zu Ende. Es sind nämlich viel zu kurz, diese Folgen. Habe ich auch gelesen. Die Zuschauer haben recht. Viel zu kurz. Mindestens drei Stunden Aufnahmen. Ja. Weil sonst hat das ja gar keinen Wert. Ne, Leute. Wir versuchen. Wir machen alle zwei Tage. Und wir machen angenehme Folgen. Nämlich so bis zu einer halben Stunde. Das Home Depot. Und hier ist ein Home Depot. Das ist das Looten. Und wenn es eine Horde Nacht ist und es ein bisschen länger geht, dann kann es auch mal eine 40 Minuten Folge von mir aus werden. Aber alles andere macht keinen Sinn irgendwie. Weil die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Zuschauers ist leider nun mal sehr kurz. Das sieht man. Bei mir zwölf Minuten aktuell übrigens. Was? Hm? 14. Hm? Nee, 12. 14,01. Bei mir 14. Bei dir 14, ja. Die Folgen sind über 20 Minuten lang. Was macht ihr denn? Wieso schaltet ihr denn ab? Wirklich uns nicht. Wir haben die keine Lust mehr. Ja, ja, ich bin es auch unverschämt, aber was will man machen? Ey, ich guck mal, ich hab das heute zufällig gesehen. Weil ich gucken wollte, wenn die Aktien stehen, aber... Schon seit Jahren ist es der wichtigste Faktor. Die Zeit, wie lange ihr guckt. Also ihr könntet zum Beispiel, ihr könntet einfach... Ich würde es durchlaufen lassen, wenn ihr gar nicht auf dem Platz seid. Oh, hier liegt jemand. Moment. Lass das nicht Greta hören, wegen... Oh, Mutti, musst du jetzt aufstehen? Nö, dann mach ich den Tür wieder zu. Kannst du alleine spielen. Hallo? Oh, der ist schneller, als ich erwartet habe. Hahahaha. In your head. Oh, da hab ich was Schönes gefunden. Schöne Sachen. Ninja Lothar. Schöne Sachen. Ja, warte, gleich geht die Tür auf und dann geht's rund. Ja. Ja, so rund, dass ich immer schön daneben hau. Oh, Mann, Baby, tut mir leid. Mein Schmeer, ey, Schmeer. Lass sie in Ruhe. Lass sie, sie hat, sie hat. Das macht so Spaß. Sie hat schon genug gelitten. Was denn das denn geil ist? Hier ist auch so ein Aufzug. Hier ist auch so ein Industriegebäude. Ich hab die Poncho. Oh, ich hab... Wasteland, Treasure, World One. Ich kann Hopfensamen herstellen. Wasteland. Ja. Aber gerade schon da. Das ist rote Licht an. Oh, entschuldigen Sie, junge Dame. Machen Sie... Oh. Ah. Oh, da war nicht eine junge Dame, sondern ein junger Herr, der hinter der Tür stand. Oh, sie rennt, sie rennt. Was ist denn? Hier, bei mir draußen. Oh, keine Pfeile mehr. Erledigt. Oh Gott. Das war eine knappe Giste. Drei Speerhübel und der liegt, der Mann nicht. Oh, ey. Ich schwänze mal den Sessel hier kaputt, oder? Weil dann... Da gibt's doch auch... Da gibt's auch Licht. Mein Gott, ey. Warte, ich helfe dir. Concentration in the nation. Hier ist ein Türlock. Die ist ziemlich verrammelt. So. Hier hinter uns ist noch eine Tür, die verrammelt ist. Also das hat immer gute... Ja, das sind hier oben und dann holen uns die Rammeltür. Die Karnickeltür. Klingt doof, ist aber so. Oh, pass auf den Boden auf. Hier scheint der Boden morsch zu sein. Ich hab' einen Holzknüppelstufe 2 gefunden. Ist natürlich nicht so spannend. Und nochmal 30 Schuss. 30 Schuss, dann ist Schluss, ne? So, Rammeltür. Du hast gar nichts essen gelootet. Nichts essen. Das stand hier auf der Anrichterstrandessen. Oh, die Ambient-Lüse geht los. Wär bei mir auch schon die ganze Zeit. Wo bist du jetzt hin? Ich bin gerade draußen und gucke mal. Geschreitern, der hängt da irgendwo drinnen fest. Siehst du sie? Ja, so ein Ärmchen, ja. Boah, wie geil die Pfeile fliegen, ne? Klingt geil, ja. Dass sie so eine Ballistik auch entwickeln haben. Das Feeling ist sehr, sehr gut. Vom Feeling hab ich ein gutes Gefühl. Oh, jetzt hat sie... Sie hat mich gesehen. Ich muss leider... Hast du noch Pfeile? Äh, warte. Ich will mir das Türchen öffnen. Ich hab sie einmal getroffen. Und nochmal getroffen. Jetzt hab ich keine Pfeile mehr. Doch, warte mal. Ich hab noch einen. Ja, dann sieh zu. Oh, sie rennt. Sie rennt. Das war nix. Sie kommt hier rein. Okay. Sie ist... Sie wollte zu dir, hat sie gesagt. Ist klar. Hat sie gesagt. Die Rammeltür war sehr ernicht und... Nichts drin. Obwohl, warte mal. Nein, 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 nein. Ich glaub, so war's noch nie versteckt. No, ich tröne schön inzwischen alles zu. Hier geht's noch weiter aufs Dach über den Aufzug. Hier gibt's Eisen. Bäh. Pass auf. Wo? Hier geht's... Im Aufzug geht's hoch. Eine... Sie ist da. Ich komm, ich helf dir. Ja, ich hab daneben geschmissen. Super. Ich bin tot. Wo sie? Ist sie bei dir drin? Ja, ja, ja. Die haut mich. Sie hat auch meine Pfeile mit hochgebracht. Ist das nicht nett? Ja, super. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Also den Speer, das ist echt die beste Neuerung. Hey, Funpims, vielen Dank für diese... Ja, ja, warte mal ab. Oh, warte mal. Ist da nicht mehr? Es gibt ja noch diesen, äh, den Britzelstick, nenne ich ihn mal. Den Brutzler. Der ist... Der ist... Der ist, äh... Richtig gut. So, die liegt auch. Hallo. Oh, fuck. Wo zur Hölle? Wo drüben kommt ihr denn her? So, die waren jetzt beide wütend. Oh Gott. Oh man. Das ist aber auch immer eine Hektik. Äh, ja, ja. Wenn du mal die Hühner aufgescheucht hast. Geht's hier noch irgendwo hin? Oh, hier gibt's Zement. Ja, ja, hier hinter ist, äh, erlaubt der Zündung zu einem anderen Raum. Äh. Hier geht's aber hoch, ich hab das eben gesehen. Ja, wir haben uns die verrammelte Tür gespart jetzt. Äh, hier. Das sieht doch aus wie ein Aufgang hier, oder? Ähm, ich würd sagen, hier über die... Ne. Hier, oder? Hier, wo ich bin. Ja, ja, ja. Und dann ein Woodframe. Ja, geh mal. Moment. Zack. Und zack. Und da sind wir oben. Oh ja. Aha. Hello. Oh, Schreibtisch-Bagage. Guck mal. Football-Helm. Das ist doch nice. Mining-Helm. Da gehen wir. Du hast einen Mining-Helm gefunden. Nein, 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 nein. Aber ich hab was für dich. Mal gucken, ob du zuhörst. Äh, was denn? Äh, warte. Welche ist besser? Welche ist besser? Gib mir den besser. 19. 17. Beide gleich. Hier. Ja, machst du. Dann kann ich wieder nachts im Wald gehen. Ja. Und hier hast du auch noch für dich. Ich hab hier was für den T-Shirt. Nein, ich hab was für dich. Schuhe. Oh, hier kommen wir eine geile College-Jacke. Ah, nee. So. So. Abholen. Oh, ein Boots ist ein Plug-in, ne? Oh, ein Boots ist ein Plug-in, wie ein Mützes ein Plug-in. Nee, das weiß ich grad nicht. Ich kann nicht mein Tool. Nee, nein, die sind modifiziert. Nee, where? Ah, ich hab noch keine Schuhe angehabt. Haben wir noch? Broken Glass? Skirt? Was ist hier mit dem Skirt? Wieso? Den ist es scrappen? College-Jacke. So. Oh, die College-Jacke hat ein Run-Ton. Run-Speed plus 10%. Ach, was? Ehrlich? Ja. Oh. Okay, dann sollte man doch vielleicht mal mehr auf Klamotten achten. Guck mal, das Licht zeigt nach hier draußen. Mhm, dann. Aber hier geht's runter. Hm, ja, oder, nee, das ist der einzige Weg. Gut, ich hab kein Holz mehr, ich hab unbedingt Holz holen irgendwie. Also, okay, wenn die Lampe nach außen zeigt, dann ist das, dann fühlt sie uns gerade in die Irre wahrscheinlich. Meinst du? Aber hier kommt es nicht mehr hoch. Nee, das heißt wahrscheinlich, ey, ihr müsst rausgehen und müsst euch hochframe aus da. Nein, ich denke mal, diesen Aufgang haben wir doch noch nicht hier. Pass mal auf, wir gucken hier in den Raum rein. Guck mal, hier ist ja ein Fenster. Ja. Oder sind wir dann in dem Fenster im Raum, wo wir eben waren? Naja, das kennen wir schon. Achso, da haben wir uns eben hochgeframed. Ja, wir haben uns hochgeframed. Das ist der Unterschied. Komm, hier drüben geht's auch noch rein? Nee, da waren wir auch schon drin. Dann aufs Dach. Dann aufs Dach mit der Leiter. Warte mal, hier ist ein Hindernis. Ob die Orga das überleben wird. Naja, das würde ich mir halt sparen. Spare die Orga für... Lieber das Metall an der Seite. Guck mal, das hat 300. Ich füge mich nicht ran. Oh. Oh. Jetzt. Ja, hier sitzt gerade einer. So. Der saß. Ein Rocker. Ein Rocker. Böse Rocker. Super. Da ist noch einer. Nicht bewegen. Aua, fuck, woher? Du Arschloch. Aua. Ich habe einen Knüppel. Oh. Ähm. Okay, lass sie uns. Fuck. Oh man, der ballert so schnell hintereinander, ey. Oh fuck. Aua, aua. Hier ist auch eine Klappe. Oh shit. La la la. Guten Tag. Digi. Walking on the edge. Oh, da sind aber einige. Ja, nehmen wir erst den. Spare die die... Okay, spare die Munition nicht. Blöde, ich glaube ich rum. Ich habe Schotts Munition hier. Haha, 19 Stör... Oh, bin ja alt. Ja. Hier. Ich troffe. Für dich. Oh ja, danke. Das ist noch etwas geileres. Warte mal. So, das muss man sich richtig Kombinationen kriegen. Wie war es denn immer? Ne, das war es nicht. Nein. Oh. Oh. Warte mal, warte mal. Jetzt. Oh shit. Weg. Ähm. Weg. Okay. Hat fast funktioniert. Jetzt sind sie aber hier. Das ist doch gut. Boah, der ist ganz stabil, der Junge. Ne, ja. Working Stift-Dos-Kiste. Hast du Lucky Looter gelootet? Äh, gespielt? Ne, ne? Nein, nein. Okay, dann lass ich mich das Zeug rausholen. Oh, nö. Beschärfen. Oh, das geht schon. Aha. Das wird eine Hidden Stash sein, hoffe ich. Yeah. Come. Gimme, gimme. Ja, okay. Hier, warte mal. Ich dropp dir was. Moment. Geh noch dir. Oh, was ist denn das? Ah, das ist ein Mod. Mhm. Modify. Mod. Hier ist schon wieder immer so eine Schrei-Tussi. Wiii. Ich habe jetzt so viel, aber hier ist ein Leiter, hier ist ein Leiter. Guck mal. Oh, ja. Haben wir denn hier oben alles? Äh, ja. Okay, hier ist so ein Zwirn. Äh, das war nix. Ich mag das mit diesen... Okay, du musst einmal rüberhüpfen. Irgendes interessantes Gebäude. Ja, wenn die Leiter runtergehst, musst du auf halber Höhe, musst du nach, zur Seite hüpfen. Achso. Okay. Ich mag das mit diesen, ähm, mit den, äh, Laternen, weißt du, die den Weg weisen, quasi. Oh, hier ist ein Rocker drin. Ah, so wäre der Weg gegangen. Das wäre der Weg nach oben gewesen. Rocker. Haha. Du Urschloch. Hier, das wäre der Weg nach oben gewesen. Spür meinen Zorn, wenn ich da unten lernab. Yes, baby. Oh. Ach, schön. Aber ich glaube, den verbrate ich erst in der nächsten Folge. Hashtag. Hashtag verbraten. Hashtag verbraten. Sehr schön. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut wieder. Auf Wiederhören. Tschüss. Lass die Glocke an und, ne, eh, wirst schon. Abo und, die Abo und bis dahin. Ja, ciao.